hallo liebe leute film läuft wir auch schön dass ihr wieder da seid ja heute ist es so weit heute kann ich mal die erste runde wieder mit jörg drehen cool ja ich habe mal was rausgesucht die strecke ist immer noch nie gelaufen mit der app outdoor active habe ich das da hingeklickt und wir laufen heute mal auf ganz neuen wegen mal gucken ja und der jörg der hat übrigens jetzt auch bei youtube angefangen ja der heißt dort wie bei instagram der running scout wenn ihr wollt guckt mal bei ihm auf dem kanal vorbei da gibt es auch immer aktuelle videos willst du mal selber sagen was naja ich habe ein bisschen vor meinen weg zu meinem ersten ultramarathon per film fest zu halten und mal gucken was am ende rauskommt du hast große ziele dieses jahr naja da können wir ja nachher noch bisschen drüber schnacken wenn du lust habt kommt mit so wir kommen gleich in körlitz an und an dieser stelle geht mal ein lieber sportlicher gruß raus an den steffen den running step von den multenthaler harmer twins mit den augenkrebs jacken genau so ja 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 wir kommen in künitsch an aber wir streifen nur ganz kurz dran vorbei dann geht es gleich mit der linkse abflugst wir gucken doch nochmal rein wir memories was war denn das hier ja Im Stock eingelatscht, weiter gehts Jörg, ich hatte nur was vorne im Schuh Na, wer kommt hier? Die gucken uns blöd an Das denken die sich So sieht das übrigens aus, wenn zwei YouTuber zusammen beim Laufen sind Jeder die Kamera in der Hand und dann gehts los Und die von außen denken, die haben alle Beete in den Macke Und da hab ich grad diese Haufen hier sehe, da hab ich eine schöne Erinnerung an letztes Jahr Schaut mal, wen ich da dahinter gesehen hatte So Jörg, wir haben unsere Runde voll gemacht Und sind wieder an den Windrädern zurück War echt cool, war eine schöne neue Runde Vielleicht mal öfters machen Einfach mal spontan woanders lang Und rennen wir, verfällt uns so in die Gewohnheit Eine Frage habe ich noch an dich Du bereitest dich auf dem Ultra vor Was hast du denn vor? Den Supermarathon beim Rennsteiglauf Die 75 Kilometer Hut ab Das ist mein Ziel dieses Jahr Schlasse Sache Hoffentlich findet er statt, der Rennsteiglauf Wir hoffen das Beste Na da, wird es auch spannend Also wenn ihr ihn begleiten wollt Schaut mal auf dem Kanal bei ihm vorbei Hier steht es nochmal Ja, und ich freue mich natürlich Dass ihr auch heute wieder hier mit dabei wart Danke fürs Zugucken Lasst uns einen Daumen nach oben da Vergesst nicht zu abonnieren Wenn ihr das noch nicht gemacht habt Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder Macht's gut Bis dahin Ciao Jörg Schönes Ding War cool Man sieht sich Man sieht sich Macht's gut Bis dahin Ciao Ciao